Wie wir es geschafft haben, mit Udo Lindenberg ein Liedchen zu trillern, erfährst du hier. Ich mach mein Ding. Meine Hüfte war noch ein bisschen steif, aber was sonst. Wir waren in Hamburg in Panic City. Hier durften wir live miterleben, wie ein wahrer Rockstar lebt, Udo Lindenberg. Es gibt einige Stationen auf der Führung. Vom Panoramablick ins legendäre Hotel Atlantik bis hin zum Pinselschwingen in der Likörelle Bar. Hier durfte ich einfach mal all meine drei Talente unter Beweis stellen. Singen und Tanzen habt ihr eben gesehen. Für den Recall wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber malen, das ist genau mein Ding. Malen nach Zahlen. Sogar der Hut konnte es nicht verdecken. Ja, ich bin Batman. Aber das bleibt hoffentlich unter uns. Zum Abschluss gibt es natürlich noch Udos Lieblingsgetränk auf seinen Nacken. Malen, mal die drei. Elke? In dem Sinne, Udo auf dich und ihr meine Lieben, folgen nicht vergessen.